dann willkommen zurück zu unseren kleinen bescheidenen Minecraft Let's Play zusammen Jo und Prozent ja genau Gönner und Philipp haben zu faul Gip so ungefähr genau genau so wir waren dabei mein Haus wieder schön zu machen Stimmt also ich war jedenfalls dabei mein Haus schön zu machen was ihr gemacht habt weiß ich nicht ich hab mein also ich brauche ich warum hier gerade einen kleinen Vorgarten mit mit Weizen mit Weizen an den Bauch hier ist ein Creeper bei deinem Haus wie immer halt Ja Creeper gut dass der wieder mal auf dich getriggert ist nein 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 renn einfach weg ich töte ihn da guckste das Feld ist beeindruckend ne größtes Feld ever ja ich bräuchte Eisen ich hab zwölf ich hab zwölf kriegst aber nix er hat wohl alter alter geiztragen gröbler ja genau nach dem Wort hab ich gesucht meine Damen und Herren unser unser Quentin immer wenn man was sagt wenn man was sagt kann ich das haben oder kann ich das ausleihen nein du bist sicher nicht genau so weit ist es dann äh ein Geizkragen vor der Welt das ist unglaublich ich geh jetzt erstmal in die Mine vielleicht finde ich am Meer äh ich baue mir jetzt erstmal ein Feld und geht dann wieder in die Mine wie sich die Pläne gleichen das gibt es ja nicht ja ähneln sie gleichen sich nicht sie ähneln sich ja und sie sich halt ähneln ist ja mir wurscht auch auch die nicht 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 Augenkrebs so Mein Steinspitzack ist kaputt. Gut, dass ich noch eine dabei habe. Äußerste Vorsicht, habe ich mir einfach mal zwei mitgenommen. Das sieht man mal wieder. Das ist natürlich bitter, wenn sie kaputt geht. Naja, wenn du noch eine dabei hast, ist es nicht so schlimm. Ach, Phil, da unten bist du ja. Wo unten? Du bist links unter mir. Hä? Ich sehe deinen Namen ganz genau. Er hat dich ertappt. Auf frischer Tat. Naja, ich weiß ja nicht, was er macht, von daher. Tunnelgraben. Ich bin auf Höhe 40. Ich bin auf Höhe 40, das heißt, Eisen finde ich Diamanten logischerweise nicht. Ich bin auf Höhe 29. Da kannst du... Eisen ziehst du Diamanten nicht. Ja, aber er ist schon ein bisschen näher dran. Ja, und? Ich will ja auch momentan noch gar keine Diamanten finden. Okay. Also das glaube ich dir jetzt nicht. Ich, ehrlich gesagt, auch nicht. Wenn wir keine Diamanten... von Shuffle LP, nein. Ich klau mir keine Dias. Nein, nein. Ich suche ganz einfach... irgendwas. Kohle. Ich finde hier einiges an Kohle. Da siehst du, ich habe 18. Kohle ist immer gut. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich habe auch keine Treppe dabei. Das ist natürlich auch schlau. Ah, habe sie jetzt. Habe jetzt auch welche gefunden. Sehr schön. Die Kohle vorkommen, die werden auch mit jedem Minecraft-Update größer. Oh ja! Irgendwie schon. Ja. Wie kommst du da bloß drauf? Logisches Denken. Gesunder Menschenverstand. Logisches Denken bei dir? Ja, ja. Logisches Denken und einfach hingucken. Einfach gucken. Ich weiß Minecraft-Musik, geh aus. Du störst nur. Die harmonische Musik, die ich im Leben zuhöre. Alter, was ist zum? Gäh? Pom Pom, hier fällt da gerade was auf. Was? Türe zu, Türe zu. So. Da bin ich auch schon wieder. Ja, dass keiner reinkommt. Ne, dass keiner stört. Ja, das... Das wäre echt fast das gleiche. Ja, das setze ich mit dem eigentlich gleich. Naja, wer reinkommt, muss ja nicht automatisch stören, oder? Naja. Ansichtss. Nur wenn er irgendwie Lärm macht. Also meine Mutter würde stören, weil die würde nämlich sofort auf mich einbappeln. Das ist so eine Eigenschaft von ihr. Typisch. Dafür gibt's eine super Mute-Funktion. Ja, ich weiß. Aber die haben aber bloß ein MTS. Ne, die hat dein Headset, soweit ich weiß. Stimmt, das kann ja dann deaktivieren, hast du recht. Ja, das hat dann aber Deins auch. Ja, ne, ich verwende ja ein anderes Mikro. Ja, ich weiß. Ohne Rauch. Und saugeil. Wow, kann ich voll gut abbauen. Irgendwie veranfetzt. Wenn das ernsthaft, immer noch die Holzspitzacke. Ja. Du hast dir auch keine Steinsspitzacke gecraftet. Okay, und ich bin jetzt in eine Höhle geflogen. Ich muss jetzt erstmal wieder raus. Und dann erstmal mal Steintools bauen. Der war mal ganz kurz da unten, dein Eisen-Clown. Eisen-Clown. Ich bin so dreist. Ja, bist du was? Sind wir was anderes von dir gewöhnt? Nein. 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 Also, musst du das nochmal... Na, das will ich jetzt in Filmen und plamier das Eisen. Mein Gott, ey. Das ist ja unglaublich. Und da ich ein geiziger YouTuber bin, kriegt Phil auch nur ein Eisen davon ab. Gott ist die Miene-Kacke. Das ist die Miene-Kacke. Bau doch das Ganze mal mit Treppen aus. So wie ich. Verbrauch zu viele Steine. Du hast genug Steine. Ich will nicht. Das geht nicht. Das geht auch. Ganz normale Minecraft-Probleme, meine Damen und Herren. Stefan hat die nicht, oder was? Nein, ich hab sie nicht. Ne, stimmt. Stefan macht ja auch wenig. Ja, ey, ich weiß. Da hast du die Hälfte. Vielleicht genau für eine Eisenspitzhacke. Danke sehr. Er war da leider nicht drin. Ich mach alles ein... Ich mach eins nach dem anderen. Genau. Jetzt bin ich gerade in der Miene. Erst nichts tun. Ja. Eins nach dem anderen, aber erst mal faulenzen. Allerdings. Erst mal... Erst mal was rauchen. Erst mal Pause machen. Genau. Erst mal Pause machen. Genau. Ähm... Ich stelle mir jetzt ganz dreist einfach noch eine zweite Eisenspitzsacke her, dann kann ich die erste nämlich schön brav verbrauchen. Ja. Das ist ne gute Idee. Ne? So bin ich. Immer genial. Ja, immer genial, aber immer seltener. Was? Ich bin seltener. Das ist warm. Ich kann man nur mit nem Meisterball fangen. Das stimmt. Warum ist bitte Nacht? Hä? Die müssen fast gerade voll zur Nacht. Ja, ich weiß nicht. Ne, ich weiß. Jetzt haben wir gerade... Jetzt hast du letztes Mal ein Letztreppel gehabt. Jetzt hab ich gerade ein Letztmeining. Ich hab gerade auch ein Letzt... Immer noch ein Letztreppel. Letztreppel-Mining. Cool. Letzt... Letztmeiner Treppe. Hm. Ah, da guckst du jetzt. Darf ich endlich Eisenspitzsacken verwenden. Aber ich find die ersten Aufnahmen, die man so macht, werden zumindest bei mir immer unglaublich langweilig. Ich immer versuch, viel zu viel in kurzer Zeit zu erklären. Deswegen mach ich immer Aufnahmesessions, die dann so ein, zwei Stunden dauern und schneide es hinterher in 15 Minuten Teile. Ja, was ich nicht mach. Ja, das ist aber ziemlich dämlich. Ne, das ist nicht. Ich pass nicht auf meine Platte. Ich hab keine Ex-Teile. Ja, und? Das ändert doch nichts, wenn du es renderst, ob du es jetzt als ein Teil oder als drei, vier Teile machst. Zum Speicherplatz er ändert's nichts. Nur jeder Teil ist schneller hochgeladen. Ja, ich... Und man freut sich dann öfter auf neue Teile. Und du musst nicht so viel aufnehmen. Oh, nein. Hm. Was mir persönlich macht's... Mir persönlich macht's aufnehmen richtig Spaß. Also von daher... Ja, das macht... Das tut's mir auch, aber... Dennoch... Nein, mir ist... Irgendwann verlierst du dann die Lust. Das kommt hundertprozentig. Spätestens, wenn du es dann durch hast. So, ich habe Minecraft durchgespielt. Ja, das geht, glaub ich, nicht. Doch, seitdem... Chuck Norris hat das geschafft. ...drei schon. Chuck Norris hat's geschafft. Ach so, ja toll. Seid's ein Ende gewesen, seit der Beta 1.9 ist es ja möglich. Ja, schau. Es gibt aber noch kein Ende, weil das Ende kein richtiges Ende ist. Ja, man startet danach einfach wieder von vorne, aber... Nö, man macht danach weiter. Das geilste ist ja, dass dir der Drache, den du killst, äh... Ungefähr 20 Level, nein, 40 Level bringt, aber wenn du... Oh, ja. Ja, 60, aber wenn du dann in die Welt zurückkehrst, hast du die Level nicht mehr. Ja, das ist sehr sinnvoll. Das ist das Geilste, das es gibt. Also, immer einen Verzauberungstisch mitbringen. Vor allem immer einen Pisten, um das Ei abzubauen. Ja. Den habe ich jedes Mal dabei. Ja, der ist nicht richtig. Ja, vor allem, weil ich immer noch nicht weiß, was man mit dem Scheiß-Ei eigentlich machen soll. Nichts. Ja eben. Du kannst es irgendwo hinstellen. Deko-Objekt. Aber ich habe jetzt, ich habe, ja, genau, ich habe Redstone gefunden. Schön. Cool. Ich habe noch einen Arsch voll Eisen. Tu immer mit deinem Arsch voll Eisen. Hast du auch einen Arsch? Gott. Ja, es gibt Leute, die haben sowas wie einen Arsch. Es gibt aber auch Leute, die sind sowas wie einen Arsch. Ich habe hier schon Bedrock gefunden. Ich habe schon wieder Eisen. OMG, ich auch. Ich habe auch Eisen. Ich habe jetzt einen Arsch voll Redstone, Alter. Um das mal kurz aufzugreifen. Hey Phil, wir können aufeinander zubauen, wenn du möchtest. Könnten wir? Ich strip hier gerade. Das stimmt. Ich muss mir noch unbedingt ein Strip-Table bauen. Nein, wirklich, das ist voll stylisch, Mann. Ja, toll, wir müssen das anstellen. Ach, ich kopiere einfach die Version vom Hands. Das geht doch schon. Oh mein Gott. Ja, glaubst du, ja, glaubst du. Hens will hier namentlich, Hens will hier namentlich erwähnt werden. Selbst wenn nicht, das ist nur ein Künstlername. Stimmt. Alter, scheiße, ich habe einen Redstone und kann ihn nicht abbauen, weil ich keine Eisenspitze. Okay, das war jetzt gerade... Das ist leicht owned, Alter. Bau zu mir, dann baue ich es ab und du kriegst wieder die Hälfte. War doch so einen geilen Deal, Alter. Moment mal. Zurück. Zurück. Uffza. Uffza da. Ich sollte mein, ich sollte mein Crafting Table mitnehmen. Was, mein Crafting Table? Nein, nicht mein Crafting Table, sondern mein Crafting Table. Nicht, dass ich wieder mal ohne Spielzaken da stehe, wie bei meinem eigenen Letztplay. Wie bei meinem einzelnen Letztplay, das ist mir auch schon passiert. Ja, das ist dumm, 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 das ist dumm Der mag mich nicht mehr. Nein, ich mag dich nicht.